happy birthday to you herzlichen glück wunsch an alle leute die heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei reddog gamble ich spiele mal wieder mech arena mit free feier hat es wieder nicht geklappt deswegen mech arena ffa war das und wettbewerb viel spaß ok und es geht noch nicht los ich dachte normalerweise wenn das wird eine sekunde stehen bleibt dann geht es los hat diesmal etwas länger gedauert dann schauen wir mal ich spiele mal mit denen hier spielen in der ecke so wie öfters schießt er hin schon wieder weg komm doch schneller kriegt er noch oder kann ich die ganze zeit zu überklappen aber ist eine gute taktik für dich so gar keine munition mehr aufpassen so lange gewartet wie immer ich zöger so lange ich mag es eigentlich nicht mit denen so gerne so weit vorne zu stehen ok lass sie kämpfen ich hau ab was sind die kubaten aber erster platz sieht gut aus warum heißt es immer so viele leute player heute das ist ein bot soweit ich weiß gut dann geht es weiter in der zweite runde jetzt geht die zweite runde los und ich muss sagen ich weiß nicht ob ich gewinne wir fahren wieder mit denen an auch wieder in der ecke super ok oh ja 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 lasst mich hier durch kommt die ganze zu mir kommt noch einer, das gibt es doch nicht den lieber in der Mitte anfangen schnell verstecken jawohl und meiner nachladen und schnell wieder verstecken das macht Spaß, rausrennen, schießen, verstecken hier, drei, zwei, eins, null und, wieder wegrennen, da ist einer ja, schieß meine Munition weg genau so aufgebaut wie ich jawohl, schon wieder der beste Spieler zweimal hintereinander, das kann doch nicht wahr sein aber nicht der beste Spieler aber zwei andere mal hin gut, schau mal mal Punkte, Punkte, Punkte wieder Queste fertig zupi, Nummer eins und dann bis zur dritten Runde viel Spaß die dritte Runde geht los da ist ein Spieler, der heißt Jena schauen wir mal das ist ein NPC schade das war der Spieler Jena das ist ein NPC ich weiß das für ein Geräusch festplatte voll ich weiß es nicht okay weg hier, weg hier, weg hier ah Mist naja egal kann ja mal passieren dann würde ich jetzt mal sagen wir starten hier in der Mitte ah und schon wieder verstecken tttttttttt schieß gegen meine Wand, das ist gut ah du ein Schuss gehabt nein, 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 nein ach Mensch fast play ja, ja, ja dann nehme ich jetzt den hier Schild aktiviert und ah hier wieder einer ah da meine ich hinter mir auch nur einer ich hasse diese Waffe die habe ich zwar auch nur zweiter ach bein hätte ich die noch gekriegt vielleicht wäre ich ja dann erster gewesen egal aber wieder ein mvp auf dem zweiten platz subi dafür dass ich eigentlich nur mit level 3er obwohl das war glaube ich level 4er aber meine stärksten mechs mit denen ich gerade spiele sind ja level 4 oder tier 4 und das geht ja bis zu tier 7 ne tier 8 war das heftig da ich noch eine ganze ecke vor mir gut dann würde ich mal sagen das war's für heute ich sag dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn du beim nächsten mal wieder dabei sein bis within viel spaß und top wiedersehen und nummer eins tschüss Bis zum nächsten Mal.